Die Welt war in Ordnung. Das Land blühte auf. Das lag am Geld, das langsam aus dem Ölgeschäft ins Land floss. Alle waren glücklich. Das Öl sollte verstaatlicht und die jungen Leute zum Studieren ins Ausland geschickt werden. Wir würden uns mit den Sowjets verbünden. Mein Vater wollte, dass ich nach England gehe. Ich sagte, nein, ich gehe nicht zu diesen verdammten Bourgeois. Ich gehe in die Sowjetunion. Doch der Aufbruch endete in einer Diktatur und vielen Kriegen. Es war unerträglich. Jeden Tag Explosion, Glas, das zersplittert. So entschied ich mich auch zu gehen. Ich bin jetzt fast 80. Wie soll ich zurückkehren? So wie die Situation ist, wie kann ich zurückkehren? Religiöse Fanatiker. Alle Frauen tragen eine Abaye und dazu noch ein Kopftuch. Die Arme müssen bis hier bedeckt sein. Ich weiß nicht, wie sie das aushalten. Ich will an den Veränderungen drüben teilhaben. Was mache ich hier? Geh zurück und bleibe dort. Über vier Millionen Irakis leben heute über die ganze Welt verstreut. Über vier Millionen Geschichten. Und die meiner Familie ist nur eine davon. Gewalt einzelnen Geschichte. Who ist heute? Chat mal davon? Untertitelung.